Könnt ihr alles sehen, das ist auch wieder so was, was man machen kann, wenn man gerne hart verspielen möchte. Genau wie Gewicht. Ich hab drei Sprachen, komm, jetzt schafft das. Okay. Geht's weiter, ja? Also, wir können alle lesen, ja. Ja. Du musst doch helfen. Also, und da hat er nur gesagt, nach anderen Gasten. Zu mir heben an der Magierin. Haben wir Aufnahmen nachdem. Miribam? Miribam. Der Magierin. Miriam, dein Gastronum. Verschwindet von hier. Verschwindet von hier. Verschwindet von hier. Ein Orkbandel. Flieg! 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 Miridam? Miriam. Nein, Miribam. Warme. Ja, Kinderlich. Miribam. Ja, in echtes machen wir das auch schon. Ich geh zum... also, wie ist jetzt da? Äh... Ich geh zum Niff, mach seine Augen so zu und dann check ich, wie er schreit in seine Tasche kann. Also, dann check ich seinen kompletten Körper nach, wer fähig scheint mir rein. Nix mehr da. Nix mehr da. Nix mehr da. Also, um zu sagen, waren das auch halt. Okay, das waren Orks. Nix. 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 Hast du dir eine Karotte? Ich habe Pferde vor zwei Wochen. Ich schätze mal, da ist eine Karotte. Vielleicht irgendwo. Da schaue ich halt, ob es noch viel Hunger hat oder sowas. Aber ich merke, dass mein Pferd gegrast hat und deswegen nicht da viel Hunger hat. Richtig. Ich gehe auf den Lagerplatz und schaue, ob das vorher noch passt. Ne, das ist ausgelandet. Jetzt mich doch zu nehmen, das Lagerfach. Was nicht mehr da ist. Nimm die tolle Grube mit den tollen Steinhardt. Okay, ich stehe auf. Hast du mir jetzt echt was? Nein, ich nur den Schloss. Pfeife meinen Raben her an. Falken. Werden Asche genannt. Und sag ihm dort eben an, dass ich auf meine Stute setze. Das tut er hoffentlich. Ja. Gut. Also ich denke ja, wenn die so mitten in der Lange... Also... Ey, ihr wollt noch mal ein Pferd füttern. Scheiß nicht. Nein, scheiß nicht. Du hast nicht noch mal ein Pferd, Alter. Ja, ich hab einen Haken. Du hast zum Haken. Er füttert einen Haken. Also die Pferde haben aber auch gegrast, ne? Also ihr seid der Waldlicht. Also sie haben keine Hunger. Nichts. Das hab ich ja grad geschaut. Ich bin hingegangen und hab schaust, wo wir haben. Achso. Also meins. Seins hab ich nicht geschickt. Ja, meins hat auch keinen Hunger. Okay, gut. Ja, dann für Jason. Dann jetzt bist du da. Danke. Also ich denke mir so, ja, wenn die so mitten in der Nacht unterwegs waren, haben sie sicher irgendeine Pause irgendwann gemacht, ja? Wer jetzt? Ja, die Oax. Okay. Oder? Also irgendwas war. Vermeintlich. Keine... Urterrier. Ja, der Typ hat gemeint. Also... Stand. Ich denke mir so, wenn sie eine Pause machen, haben sie auch sicher ein Lagerfeuer gemacht. Wenn sie ein Lagerfeuer gemacht haben, dann ist das sicher irgendwo Rauch. Sehe ich irgendwo Rauch am Himmel? Nein. Vielleicht. Na gut, dann nicht. Stören mich die Bäume dabei, dass ich da Rauch sehe, oder? Nein. Fangen ja nicht zum Klettern an. Ich hab keine Netzspezialisierung Klettern, ja? Nein, ich bin Klettern. Nein, ich bin drei Zwanziger nicht. Ja, ich hab auch einen Lauflosenhack. Mit einem Seinsight-Hahn, ja? 20 Meter. 20 Meter? 20 Meter? Boah. Schon wieder? Nein, aber ich hab's nicht angestellt. Warum hab ich's eigentlich nicht angestellt? Da wieder Techniker. Okay, nehmt erst knapp. Achtel muss man aus. Dann fällt 10 oder so. 20. Ja, 20. Das ist in einer halben Stunde. Achtel? Ach schon? Dann 20, ja. Bin ich zu? Oh ja, doch. Wenn du dich siehst, was alles nicht in unserem tollen Lager passiert, was machst du? Sagst du mich? Ja. Was machst du? In character? Okay. Was du wirst. Ich antworte darauf nicht. Ich antworte darauf nicht. Also, das sag ich nicht. Das mach ich. Und fang an, meine Sachen rein zu packen, um ein Zelt abzubauen. Okay. Gut. Also, ich roll auf meinen Schlafsack zusammen und verstaue ihn in meinem Lederrucksack. Mhm. Gut. Mario. Okay. Ich packe auch mein Zelt ab und meine Zelt ab. Ich packe meinen Koffer und strecke es auch bei einem Zelt ab. Und bringe meine Teckte auch mal zu meinem Pferd. Okay. Gut. Ich möchte noch was machen. Ich möchte nach der Falle schauen. Mhm. Dann darfst du... Würfel mal einmal. Aber ich hinfinde. Nee, nee. Aber was dran ist. Richtig. Das war schon gut. Fünf. Es ist ein Hase drin. Der lebt nicht mehr. Ja. Der ist... Soll ich dir das jetzt genau beschreiben, wie krass der erwürgt wurde? Nein. Normalerweise hab ich das ja immer auf dem Fuß und dann bist du halt oben übergehangen. Ja, weil keiner mehr auf dem Hals gewischt. Also er ist tot. Mhm. Okay. Dann nehme ich den Hasen. Ja. Ähm. Scheiße. Du hast das Seil auch draufgekriegt und ich nehme das mit runter. Ja, ja, nein. Ja, ich nehme das Seil und stecke das in meinen Lederrucksack. Okay. Ähm. Hat... Ich gehe zurück und frage... Hat einer von euch etwas Schnur übrig für mich? So. Also ich... Muss ich jetzt in meinen Inventar schauen? Ja. Rotman. Also ich sage nicht Rotman für mich. Ja, ja, ja. Schade. Schade. Also ich habe ein Seilenseil. Aber da ist ein Wurfratentang. Ja, nein. Ja, nein. Verdammt. Ich würde meine Bogensehne abmontieren, aber das würde ich nicht tun. Nein. Nein, ich wollte ihn mit dem Hasen halt anbinden, damit ich ihn irgendwie über die Schulter hängen kann. Oder so, damit ich ihn nicht immer in meinen Lederruss nicht empackt hier. Ja, dann müsste ich ihn auch in die Tasche stecken. Du hast doch selber ein Seil, oder? Ja, ein Seil. Ein Seil ist ja... Ja, wobei, wenn es den Hafen fangen kann... Ja, dann finde ich... Aber ein Seil ist übrigens, ich habe nur ein Seil. Ja. Ich stehe mir halt. Na gut. Ich halte meinen... Ich gehe zu Toten hin und halte meinen... Weil ich ihn ja gestern nicht verwendet habe, weil ich einfach so das Reh in 2 gekauft habe, deswegen ist mein Topf nicht dreckig. Halt mir den Topf offen hin, dass ich ihn halte. Okay. Okay. Das heißt, ich lege den Hasen in den Topf und du nehme sie mit. Okay. Ja, gut. Machen wir es doch. Keine Ahnung. Ich bin beschäftigt mit dem Hasen. Das heißt, du musst dir aber aufschreiben, Hasen. Oder? Ähm... Ja. Ich gebe... Oh, das ist ein Seil. Also, du gehst wahrscheinlich nicht in den Topf. So, das ist ein Seil. Und... Ich gebe dir. Weitgesagt. Jetzt habe ich wieder Zeit. So, der Hasen musst du auch schauen. Mhm. Den... Wer... Der... 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 Der Rest davon. Das, was davon auch übrig ist. Wie viel ist das ungefähr? Ich schaue mir das an und frage mich das. Also, es wurde halt ein gutes Stück davon... Also, eine gute Menge davon abgemacht. Das ist so... Noch ein... Sagen wir eine große Portion. Es gibt auch noch Rohstfleisch dabei. Ja. Das... Wie lange hält sowas? So, das war ein Rehkanilisch, oder? Ja. Schade. Wenn ich mich als Vegetarier kann schlecht sagen, wie lange Fleisch so hält. Wenn du es umgekühlt lässt, dann soll ich einmal einzutragen. Maximaler, dann ist es schon wirklich knapp. Ja, aber die ganzen Fliegen und so. Wenn du es eingepackt hast. Kommt auch drauf an, wie warm es da ist. Frag dich, wie lange es hält der mir das da liegen lassen kann. Und später. Aber ich hätte es halt auf meiner Hand. Ja, aber es ist selten. Du, wenn es heute am Abend ist, geht es losgebunden. Wenn es heute am Abend... Entweder als Wegproviant, oder halt, weil ich aber gar nichts... Was soll ich bei dir? Ja. Ja, also ich binde es auf meinen Parkesel fest. Tag, hier. Tag ist fertig. Werf mich gleich, wenn du das Fleisch versuchst. Nein, auf die einzelnen Stücke. Echt? 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 Echt. Echt? Echt? Ach, Entschuldigung. Ich höre ihr zu. Das ist eine gute Idee. Und... Versuche das Fleisch von den Knoten zu trennen. Okay. Dann darfst du nochmal auf der Kirschen... Nein, ah. Nein, wobei. Es gibt auch Fleischverarbeitung. Ich habe Fleischerei. Fleischerei, genau. Ich habe KL, F, F, K. Ich habe drei. Also Krugheit, Fingertfähigkeit und Körperkraft. Körperkraft. Und was hast du auf? Zwanzig. Ey, vergiss es. Ich hätte das ganze Ding da drauf, binden sie das so. Du nimmst also dein Messer und fängst da drauf rum zu schnüppeln. Am Ende hast du noch den Knochen in der Hand und der Rest ist alles hinten. Wow. Hat er noch hinten ein, gell? Habe ich dir nicht gesagt, er ist nur ein Alp-H-Mittelländer, er kann sowas denken. Idee war trotzdem groß. Idee war groß, aber Ausbildung war scheiße. Da kann ich ihm nicht helfen. Na gut, ja dann... Kann man jetzt den Knochen noch in eine Suppe hängen oder so? Ja, ja. Grundsätzlich. Ich glaube, das bringt nichts mehr nach Anfang oder sowas. Ja, na ok, dann lass ich den Knochen. Du kannst deinen Falken futtern. Das wollte ich auch schon sagen. Mit deinem Knochen. Mit deinem Knochen. Ja, hängt vielleicht noch genug dran, damit ein Falken dann... Ja ok, dann füttere ich meinen Falken dann. Ich gehe hin und nehme ein paar von den Knochen mit. Ok. Was schaffst du noch? Knochen? Ein paar Knochen. Großes Paar. Zweifelgewicht. Du musst bitte die genauen Knochen sagen vom Reh, die du mitnehmen möchtest. Dritte, vierte Rippe. Schädelknochen. Ein. Du musst rühren einfach. Du hast die Knochen, ja. Und möchtet ihr euch also jetzt auf dem Weg machen? Knochen, ja. Wahrscheinlich hauptsächlich die Fußknochen. Wie Knochen. Nicht das Becken. Ich nehme die Wachen mit. Ich sammle ein paar Sammeln. Ja ok. Gut. Ja, ich habe auch schon alles eingefügt bis jetzt. Ja. Das heißt, ich schaue in die Runde und werde rausgehen und dann würde ich losgehen. Abfahrt bereit ab. Abfahrt bereit ab. Abfahrt bereit. Ja, ich reite auf meine Art. Ja. Ja. Sehen wir das? Falls ja anders nicke ich dazu. Ja ok. Wenn nicht nicke ich auch. Bist du auch? Ich bin auch aufzubrechen. Ich habe eine generelle Frage. Ja. Liegt der in der Richtung in die WG oder ist der in der Richtung von der WG gekommen? Ja. Ja genau. Gut. Bist du auch bereit? Ich sollte es soweit bereit sein. Ok. Gut. Ich bin auch bereit. Wollt ihr nach Andergast gehen, ja? Moment, da fällt mir noch was ein. Ich bin ja neugierig. Ich bin ja neugierig. Hast du schon in den Brief reingeschaut? Nein. Nein. Sollen wir da nicht reinschauen? Nein. Warum nicht? Weil das eine private Nachricht sein könnte. Aha, das hat er nicht explizit gesagt. Das hat er nicht. Aber ich schaue da nicht rein. Und ich gebe es auch keinem von euch, den du da reinschaut. Nein, ich bin eh nicht neugierig, als wer mich hier gesehen hat. Ich kann mir aussuchen, welchen Nachteil ich eh höher mache. Sehr gut. Dann schaue ich dich dran. Im Prinzip bin ich dabei, oder alles? Ja. Ja, okay. Also wir gehen, also wenn wir jetzt dann auch beim Ge-Werder-Weg und der ist ja kritisch, wenn wir in die Richtung gehen, ist ja verkehrt, ist ja die gleiche. Weil wo wollten wir nochmal genau hin? Andergast. Nein, ich meine für den Nachricht, wir sagen Andergast. Und wofür wollten wir sonst hin? Andergast. Das heißt, es ist eh wurscht, dass wir gehen nach Andergast. Ja. Ihr könntet auch komplett scheiße sein und woanders hinnehmen. Ja natürlich. Ihr könnt euch aber lassen. Ihr könnt uns natürlich auch noch die Orks verfolgen. Ihr könnt uns natürlich auch noch die Orks verfolgen. Ich finde, wir sollten die Orks verfolgen. Da lebt ihr ein cooler schwarzer Dut. Richtig. Ich finde, wir könnten auch die Orks verfolgen. Finde ich nicht. Nein, das finde ich auch nicht. Gehen wir jetzt eine andere Seite. Also, nur mal zum Verständnis. Andergast liegt hier. Da drüben sind wir. Genau. Und ihr reist von hier aus. Also, ihr sagt, hier um für so einen Tagesmarkt. Also, wir kommen das hier. Und definiert, von welcher Stand ihr kommt. Da sind wir dabei. Weil wir sind ja noch einen halben Tagesmarkt. Oder sowas. Genau. Ja, okay. Dann auch noch Andergast. Ja, ist ja gut. Gut. Dann können wir die Reise dahin überspringen. Nichts. Da passiert nichts spezielles. Bitte für einen Monolog. Das war eine harte Zeit. Also, ihr reitet da so... Keiner von uns reiten. Keiner von uns reiten. Keiner von uns reiten. Also, es ist kein Zeitpunkt. Wir haben immerhin zum Urlaub. Wie findest du 20 Lecher ziemlich so ran? Wir finden dann wieder. Oder du schwingst dich. Ich kann es ja zum Verbrauch. Das ist kein Pferd. Keiner von uns hat am Pferd, dass man reiten kann. Darum geht es. Ich kann nicht Zeit nach Pferd, dass man reiten kann. Das ist mir das Gärtner schon. Wann? Wie für Service. Mittagspause. Der hat nichts. Ja, dann müssen wir entscheiden, ob davor oder nach. Ja, ich weiß schon. Irgendwas war mit 12 Uhr. Ähm. Ja. Wo geht es weiter? Nach Hallein. Dann haben wir es wieder gar nicht. Ähm. Eben wollte ich noch irgendwas sagen. Was hat damit mir jetzt ausgetrieben? Du hast doch einen Blödsinn geredet, dass wir reiten sind. Achso. Okay. Na, ich wollte mal was Wichtiges sagen. Also wenn man nicht reiten kann, also man kann sich schon auf dem Pferd setzen. Ja, schon. Bis 14 Uhr. Bis 14 Uhr und ab 17 Uhr. Ja. Also wenn wir vor 2 Uhr bestellen. Genau. So dass sie vor 2 Uhr da sind. Ja. Also sie brauchen normalerweise eine halbe Stunde, oder? Ja. Um die Pizza zu bringen. Aber bei mehr Pizzen wird es wahrscheinlich nicht, oder? Von so einer Stunde sogar bestellen. Ich kann nicht Pizzerien langweilen, du brauchst mir nur 10 Minuten, egal welche Bestellung du hast. Und die ist auch wirklich fertig. Ja. Also das muss man um 1 Uhr wahrscheinlich. Ja, das muss man um 1 Uhr dann bestellen. Du musst ja ja jede halbe Stunde entdecken. Ja. Ja, also. Falls er an ist. Ja. Dann zählen mir noch den Leuten zu. Dann machen wir weiter. Dann machen wir weiter. Dann machen wir weiter. Gut. Ihr kommt also nach Andergast. Ihr seht die Stadt vor euch. Das war die Hauptstadt. Die Hauptstadt von... Andergast. Ja doch. Vom gleichnamigen Königreich. Andergast. Ähm. Du musst mal noch dreimal pauschen, du weißt wo wir hinwollen. Ja. Gut. Ihr blickt also die Stadtmauern. Und nähert euch dem Tor. Ich spucke auf die Stadtmauern. Ihr nähert euch der Stadtmauern. Halt den Abstand. Ich versuche euch auf der anderen Seite der Gruppe offen rein. Warum spuckst du... Magst du die Stadtmauern? Nein. Nein. Ich habe mir eine Kapuze übergezogen. Seit der Sicht der Stadt sind. Das mache ich auch. Ich habe einen Schalldauer. Okay. Und ich habe einen Schalldauer. Ich habe einen Rester. Und das sollte neu. Der hält sich um meinem Gesicht nicht. Ich habe einen Schall. Schalldauer. 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 Ja. Gut. Ja. Möchtet ihr noch etwas Spezielles vor der Stadtmauern machen? Oder wollt ihr... Tor spucken. Ja. Ist das Tor offen? Wo sich das Tor geöffnet und es stehen Wachen davor. Und drinnen ist so eine größere Straße gleich vom Tor weg. Genau. Es ist verhältnismäßig viel durch wegen dem...